Der Samuel L. Jackson hat für das Golfturnier und die Charity-Veranstaltung viele Schauspielstars hier nach Bad Ragaz gebracht. Mit von der Partie sind Harry Potter-Stars Rupert Grint und Oliver Phelps, der Wallisi-Schauspiel-Schönling Johan Crufwood, 007-Mitstreiter Colin Selman, die amerikanische Filmgrösse Dernice Heisbert, der Six-Sense-Darsteller Hailey Osmond und spanische Model Ines Sastre. Alle zusammen gut gelaunt, obwohl sie sich kaum kennen. Bis auf einen? Der Gastgeber Samuel L. Jackson kennt natürlich alle. Und während der sich ganz aufs Golfen konzentriert, nehmen die anderen lieber zuerst mal ein bisschen Schweizerdeutschunterricht. Birchermüsli. Birchermüsli. Not bad, also es ist nicht schlecht. Küchikästli. Küchikästli. Ja. Und die Hästli, no. Und auch sonst hapert es noch ein bisschen mit der Schweizer Kenntnis. Do you know any of the Swiss Stars, maybe? You know, I'm embarrassed to say I don't. That's awful, apart from your good self. Oh, thank you very much. Was für ein Charmeur. And now we want to see a hit from you. Und zu guter Letzt hat sich dann doch auch noch der Samuel L. Jackson noch ein bisschen geselliger gezeigt und mit der Tamara den perfekten Abschlag ausprobiert. Yeah. Wow. 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 Wow.